Die Cleantech-Branche ist ja für die ganze Region Basel extrem wichtig und die Region Basel besteht aus dem Kanton Basel-Landschaft genauso wie aus dem Kanton Basel-Stadt. Wir haben hier in Liestl schon einen erfolgreichen Inkubator mit der Start-up-Academy und ich denke, mit dieser Ansiedlung des Cleantech-Lab bei der Start-up-Academy könnte ganz viel neuen Schwung jetzt entstehen für die Start-up-Branche, aber auch für die Cleantech-Branche. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass das Ökosystem aus Start-ups so weiterwächst und von diesem Netzwerk lebt.